Do it, do it, do it now, say it, 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 say it now. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Johannsen dem Talk. Mein Name ist Lars Johannsen und wir haben Spezial-Talk und zwar zur Bundestagswahl. Die Kandidaten und Kandidatinnen, Kandidatinnen muss man wohl in dem Fall nur sagen, die für den Bundestag direkt kandidieren bei Parteien, die im Landtag oder Bundestag vertreten sind. Ich freue mich sehr, dass von der Linken heute da ist. Rosemarie Hain, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind ja sozusagen letztes Mal direkt gewählt worden, was für eine Premiere war für die Linke in Magdeburg. Ist das wieder angestrebt, natürlich zu wiederholen? Ja, natürlich bemühe ich mich wieder um das Direktmandat. Das war eine so grandiose Sache. Ich habe es ja auch bis abends um halb elf nicht glauben wollen. Und es war für mich eine große Ehre, eine große Verpflichtung. Und solche Verpflichtungen muss man versuchen zu wiederholen. Also da würde ich schon ganz gerne, dass es wieder klappt mit dem Direktmandat. Und ich weiß natürlich auch, dass es diesmal deutlich schwerer werden wird. Was ist denn in der Zeit in Berlin passiert? Haben Sie sich verändert? Hat sich für Sie was verändert? Und was haben Sie das Gefühl für sich, wo Sie sagen, das habe ich auch erreicht ein bisschen? Also ich glaube, dass man das selber gar nicht so sehr empfindet, wie man sich verändert. Ich glaube, dass andere viel mehr empfinden oder viel mehr sehen, wie man sich selber verändert hat. Aber ich denke schon, dass mich diese Zeit in Berlin auch geprägt hat. Ich habe ja vorher viele Jahre im Landtag gearbeitet. Ich habe Stadtratserfahrungen schon mit einbringen können. Und ich muss sagen, das war schon eine tolle Umstellung, was es in Berlin ganz anders ist. Das ist einmal der Rhythmus zwischen Berlin und Magdeburg hin und her. Eine Woche da, eine Woche hier. Im Schnitt der Hälfte des Jahres in Berlin zu sein. Und dann hier aber auch manchmal etwas zu verpassen. Das kommt natürlich auch dazu. Dann die ganz andere Art des Arbeitens. Also wenn wir im Landtag noch in den Ausschüssen diskutiert haben und dort noch Veränderungen hinbekommen haben, ist das in Berlin so gut wie nie der Fall. Wenn man dann eine Veränderung in einer Sache hinbekommen will, muss man es vorher machen. Also da läuft die Debatte zwischen den Fraktionen. Und die Ausschüsse sind dort ähnlich wie hier auch die Plenardebatten im Landtag, mehr ein Schlagabtausch. Da werden die Statements vorgetragen der Fraktionen. Und da gibt es wenig Debatte, das was ich hier noch kannte und was im Stadtrat gang und gäbe ist. Da muss man sich sehr daran gewöhnen, dass man das alles gar nicht mehr hat und dann trotzdem etwas bewirken will. Und deshalb ist das eine völlig andere Art des Arbeitens gewesen, muss ich mich eine Weile daran gewöhnen. Und es war auch eine andere Art des Arbeitens innerhalb der Fraktionen. Also wir haben ja Unmengen von Anträgen gestellt und um die eigenen, die bildungspolitischen Anträge, für die ich ja stehe, eben entsprechend auch zu platzieren, musste man ganz anders arbeiten. Zumal Bildungspolitik ja bekanntlich kein Bundesthema ist. Das war doch eine deutel tolle Umstellung. Ich denke, ich habe mich da inzwischen reingefunden und auch ein bisschen was zustande gebracht. Also ich sage mal, mein erster Antrag war der zur Aufhebung des Kooperationsverbotes. Ich weiß, dass man den Begriff immer erklären muss, also zwischen, in der Bildung dürfen Bund und Länder nicht miteinander zusammenarbeiten. Deshalb fließt kaum direktes Geld vom Bund in Bildungsprojekte, also in Projekte schon, aber nicht in die Schulen. Und das ist etwas, was die Leute auch aufregt, dass der Bund da fast keine Verantwortung hat und immer alles auf die Länder geschoben wird. Und dann wird über die 16 unterschiedlichen Schulsysteme geschimpft, die so unterschiedlich wie da auch nicht sind, aber man empfindet es so. Und da finden wir schon, dass die Entscheidung, die 2006 getroffen worden ist, dass es gar keine Zusammenarbeit auf diesen Gebieten mehr gibt, dass das falsch ist. Das war mein erster Antrag, der ist in der letzten Sitzungswoche im Bundestag dann auch irgendwie wieder verabschiedet worden, also abgelehnt natürlich. Also das sind so Dinge, wo ich sage, wir haben aber was in Gang gebracht. Es haben alle Oppositionsparteien Anträge dazu gestellt, aber die Regierung bewegt sich nicht. Und die Länder bewegen sich leider auch zu wenig. Das ist auch gleich ein gutes Stichwort Länder, Bund und Bildung. Das ist ja immer noch Bildung ist Ländersache, ist ja auch nur so aufgeteilt. Ist das gut oder wäre es doch vernünftiger, dass es durchaus eher bundesweite Regelungen bei einigen Dingen gibt? Oder kegelt das zu sehr, diese Bundesstaatlichkeit mit aus? Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Vergleichbarkeit. Es kann nicht sein, dass wir hier einen Abschluss machen, der wird in Bayern nicht anerkannt. Oder in Hamburg wird ein Abschluss gemacht und der wird in Baden-Württemberg nicht anerkannt. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Oder jemand zieht um innerhalb zwischen zwei Schuljahren und stellt dann fest, dort ist der Lehrplan völlig anders gestrickt, als man das selber gelernt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was man verändern muss. Dazu braucht man gemeinsame Standards, die in jedem Land eingehalten werden. Was ich nicht so gut fände, wenn wir anfangen, sozusagen festzuschreiben, was in jeder Schule gelernt werden muss. Also an Faktenwissen, welches Lesestück, welcher Roman gelesen werden muss, welches Gedicht auswendig gelernt und welche Daten, Geschichtsdaten beispielsweise gelernt werden müssen. Da, glaube ich, müssen wir insgesamt umdenken, weil man sich alles, was man an Wissen, an Faktenwissen hat, kann man sich aus dem Internet, aus den Büchern, in der Öffentlichkeit, überall suchen. Aber die Zusammenhänge begreifen, das ist das, glaube ich, was einen denkenden Menschen ausmachen. Das muss mehr in die Schule hinein. Dazu braucht man nicht unbedingt alle identischen Lehrpläne. Aber es muss vergleichbar sein. Und das ist, glaube ich, momentan nicht der Fall. Aber das viel größere Problem ist noch, dass wir zu wenig Geld in der Bildung haben. Und die Länder stecken zwar eine ganze Menge hinein, manchmal auch noch zu wenig, wie ich finde, aber sie stecken eine Menge hinein. Aber der Bund beteiligt sich daran so gut wie gar nicht. Also wenn wir Inklusion in der Bildung wollen, kann man das nicht den Ländern und Kommunen überhelfen. Das ist eine UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist weltweit gültig. Da hat die Bundesrepublik eine Verantwortung. Und da muss sie mitfinanzieren. Das tut sie zurzeit nicht. Und das halten wir für falsch. Zumindest bei der kulturellen Bildung hat man versucht, jetzt ein bisschen mehr Geld rauszureichen. Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder ist es wenigstens ein guter Anfang schon mal gewesen? Naja, wenn Sie auf dieses Programm Kulturmacht stark abzielen, was die Bundesregierung... Ja, es sind mehrere solche Programme. Die meisten solcher Programme laufen aber gar nicht über das Bildungsministerium, sondern über das Sozial- oder über das Jugendministerium. Also das ist auch schon mal so. Also Bildungs- und Teilhabepaket beispielsweise. Damit hat das Bildungsministerium gar nichts zu tun. Aber dieses Programm Kulturmacht stark, damit haben Sie was zu tun. Aber Sie können wieder nicht Schulen finanzieren. Sie können nicht Vereine vor Ort direkt finanzieren, sondern Sie gehen den Umweg über Verbände, über große bundesweit agierende Verbände. Und ich weiß zum Beispiel, dass in Magdeburg davon noch nichts angekommen ist. Und das sind immerhin im Jahr 50 Millionen, die da ausgereicht werden. Das ist nicht furchtbar viel, aber es ist mehr als nichts. Und ich werde mich jetzt auch viel intensiver noch darum kümmern, auch aufgrund eines aktuellen Anlasses, wie man denn, ob das denn noch möglich ist, an solches Geld heranzukommen, wie man das denn runterbrechen kann. Bisher jedenfalls ist hier in Magdeburg, in meinem Wahlkreis überhaupt, davon nichts angekommen. Und wir bräuchten das ganz dringend. Also wir haben, ich weiß zum Beispiel vom Moritzhof, vom ArtisTV, ist auch Antrag, ist sogar durch. Da wird demnächst, aber das Problem ist tatsächlich, das Antragswesen ist überaus komplex. Und das andere, was teilweise absurd ist, um das mal zu sagen, Kooperation mit Schulen, ja, aber nicht während der Schulzeit. Und Kooperation mit Kindern, mit Kitas, ja, aber bitte nicht in der Kernzeit zwischen 9 und 11. Dass die vorher vielleicht noch gar nicht in der Kita sind und nachher Mittagsschlaf machen, ist da auch wohl nicht ganz angekommen. Also von daher gebe ich recht, das Antragswesen ist da kompliziert, aber es war ein Ansatz. Naja, weil bei den Schulen hat es genau mit dem Kooperationsverbot zu tun. Bei der Kita eigentlich nicht. Dort könnte man es eigentlich machen, weil das geht über einen ganz anderen Weg. Das geht über das Familienministerium und über das Kinder- und Jugendhilferecht. Da gibt es die Möglichkeit, so etwas zu machen. Da gibt es eigentlich keine Ausschlussgründe, woran das liegt, weiß ich im Moment gar nicht, weil es eigentlich Unsinn ist. Zumal, wenn wir wissen, manche Kinder sind nachmittags gar nicht mehr da. Die haben also nur einen Halbtagsplatz, obwohl sie einen Rechtsanspruch ja jetzt glücklicherweise wieder haben. Aber in den Schulen ist es genau das Problem. Man darf nicht direkt in die Schulen reingehen, nicht in die Unterrichtszeit. Und das ist so was von daneben. Wir wollen mehr Ganztagsschulen, wir wollen Ganztagsangebote für Kinder haben. Wir wollen einen rhythmisierten Schulalltag haben von morgens, wenn die Kinder kommen, bis zum Nachmittag. Und eben nicht so morgens Unterrichts, nachmittags noch ein bisschen Betreuung. Das ist ein völlig anderes Bildungsverständnis und da käme man dann gar nicht mehr hinein. Und wir haben ja in Sachsen halt das Problem, wir haben immer noch die höchste Schulabbrecherquote. Woran liegt es, was ist zu machen? Ach ja, was ist zu machen? Ich glaube, dass das nicht alleine durch die Schule zu bewältigen ist. Obwohl ich schon finde, dass man da auch vieles noch anders machen kann. Also Ganztagsangebote, Ganztagsschule ist da schon ein Punkt. Wir brauchen insgesamt ein anderes Bildungswesen. Wir wollen ja eine Gemeinschaftsschule, wo mehr miteinander gelernt wird. Und es ist ein Märchen, dass die leistungsstärkeren Schüler dann irgendwie zurückgedrückt würden, sondern sie profitieren davon, wenn man es richtig macht, genauso wie die leistungsschwächeren. Das ist ein Märchen, dass man denkt, naja, die müssen dann auf die anderen warten. Nein, die lernen miteinander und haben beide was davon. Das ist ja das Neue und das Besondere der Gemeinschaftsschule. Aber bei den Schulabbrecherquoten, glaube ich, liegt auch noch ein großer Teil Ursache in dem gesamten sozialen System. Wir haben eben auch einen hohen Anteil von Langzeitarbeitslosen in Sachsen-Anhalt, wo beide Eltern zum Teil keine Arbeit haben und das über viele, viele Jahre. Und da ist die Motivation zu lernen bei Schülerinnen und Schülern ganz schwer herzustellen. Das kann man nicht alleine bei den Lehrerinnen und Lehrern lassen. Und die Eltern können es zum Teil auch nicht mehr leisten, sondern da brauchen wir eigentlich flächendeckend Schulsozialarbeit. Auch etwas, was der Bund finanzieren müsste. Wir haben dazu in der letzten Legislatur, also das habe ich selber mitentwickelt, einen Antrag eingebracht. Den werden wir sofort wiederholen, wenn die neue Legislatur beginnt. Weil der gilt ja dann nicht mehr, müssen wir immer neu anreichen. Weil wir da auch eine Lösung sehen, wie man das auch rechtlich anders anbinden kann, sodass wir wirklich, wir wollen erreichen, dass in jeder Schule Schulsozialarbeit stattfinden kann. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen. Das ist ja jetzt auch so, dass die Eltern die Bildungsgutscheine ausfüllen müssten. Was ja auch das nächste Problem ist, die werden ja kaum oder wenig genutzt. Und ich hörte teilweise problematisch mit simplen Sachen wie Nachhilfe. Früher wurde die angeboten, vor dem Bildungsgutschein konnte jeder hinkommen. Jetzt bitte den Bildungsgutschein mitbringen. Und das machen manche Eltern nicht. Ist der Bildungsgutschein an sich gescheitert oder war die Idee dahinter ganz ordentlich? Ja, das ist die sogenannte Lernförderung des Bildungs- und Teilhabepaketes. Also wenn man mal die Abfragen nimmt, wie die einzelnen Bestandteile abgefragt worden sind, ist das für Lernförderung der geringste Prozentsatz, deutlich unter 10%. Und da kann mir keiner erzählen, dass so wenig Kinder das überhaupt benötigen. Und ich glaube, dass sich mit solchen Konstrukten dann eben auch bestimmte Dinge, die haben Sie ja eben beschrieben, entwickeln, die man so gar nicht vorgesehen hatte. Eigentlich geht es nur darum, das Geld zur Verfügung zu stellen, dass Nachhilfe erteilt werden kann. So, dass man das mit einem Antrag machen muss bei einer Agentur, einem Jobcenter, das davon keine Ahnung haben kann eigentlich. Man bei der Schule eine Bescheinigung haben muss, dass die Schule nicht mehr in der Lage ist, das Kind zu fördern. Das ist ja eigentlich ein Bankrotterklärung. Man muss vorher eine Bankrotterklärung abgegeben haben. Das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das sind alles so Sachen, die behindern das. Und ich glaube, dass da auch Effekte entstehen, die man gar nicht beabsichtigt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt immer mehr auf Nachhilfe zu setzen. Wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Und wir müssen Schulen so ausstatten, mit Zeit, mit Personal, mit Material, dass sie in der Lage sind, alle Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen zu fördern. Und Nachhilfe müsste in der Schule stattfinden, also besondere Förderung, wo sie nötig ist. Und da hat jedes Kind besondere Förderbedarfe. Jedes. Egal, auch wenn es nicht amtlich bescheinigt ist, gibt es besondere Förderbedarfe. Auch wenn es hochbegabt ist, gibt es einen besonderen Förderbedarf. Und das müsste die Schule abdecken können, kann sie aber zurzeit nicht. Das Spannende ist, und da haben wir bei der sozialen Frage, die ja angesprochen war, man hat ja das Gefühl, dass im Moment alle Parteien fast übergreifend einig sind, Sozialismus muss besser werden. Wir haben ein Mindestlohn, gutes Beispiel. Was sagen Sie denn mittlerweile? Sie sagen ja alle, selbst die CDU sagt Mindestlohn, große Freude, oder gibt es immer noch Unterschiede? Na, große Freude sagt die CDU noch nicht. Aber immerhin ist... Bei Ihnen meine ich jetzt. Das ist jetzt so, Mensch, die CDU hat zugelernt, auch die wollen Mindestlohn, alles wird gut. Ja, also ich will mal sagen, dass es jetzt ein Thema ist, das schreibe ich auf unsere Fahnen. Das ist, glaube ich, auch das Verdienst der Linken im Bundestag und in der Öffentlichkeit immer dafür geworben zu haben, es muss einen gesetzlichen Mindestlohn geben, da waren ja am Anfang sogenannte Gewerkschaften dagegen, es muss einen geben, sonst schaffen wir hier einen Niedriglohnbereich, und den haben wir ja schon, der ist immens und der wird immer größer. Und vor allen Dingen ist es eine Vertauscherei, denn wer von seiner Arbeit, von seiner Vollzeitarbeit, sich nicht selbst ernähren kann und dann auch aufstocken muss, da werden ja auch Steuermittel in die Hand genommen, um das dann zu ergänzen. Und das ist unökonomisch und das ist unsozial. Und deshalb bleiben wir dabei, dass es diesen Mindestlohn geben muss. Nun streiten wir uns über die Höhe. Also, dass es ihn geben wird, dass es also immer mehr in diese Richtung geht, ist, glaube ich, schon im Wesentlichen unser Verdienst mit. Nicht allein, die Gewerkschaften haben dann auch gekämpft, aber auch unseres. Und jetzt muss man über die Höhen reden. Und wenn man dann sagt, na, wir gucken mal nach Branchen, ob es denn die eine oder die andere Branche, wo man das jetzt sieht, auch bei den Friseuren so etwas Ähnliches, also, aber das ist alles noch in einem Bereich, wo ich sage, da kann man noch nicht von leben, da kommen wir noch nicht aus der Aufstockerei raus. Sondern wir brauchen einen Mindestlohn, der 10 Euro die Stunde beträgt, da ist man noch nicht wohlhabend. Das ist noch kein immenser Verdienst, aber man kann sich selbst ernähren. Man kann sich und seine Familie davon unterhalten. Und das, glaube ich, das muss sich noch durchsetzen. Alles andere, was war sonst so? Ich meine, es ist ein Schritt nach vorn, aber das reicht noch lange nicht aus. Weil wenn man sich die Zahlen ansieht, gerade war das eine große Schlagzeile hier in Sachsen-Anhalt, ganz konkret, die Zahl der Nebenjobs ist geradezu explodiert, die Leute. Und das machen die ja nicht alle aus Spaß. Manche vielleicht auch aus Spaß, aber bei vielen ist es die blanke Not. Ich sehe dann immer meinen, jetzt ist er nicht mehr mein Würstchenhändler, wo es auch immer das war, der Aufstocker war, wo dann ganz da so eine Würste verkauft, das hat halt nicht gereicht. Was ist denn da auch konkret zu ändern an der bisherigen Politik, die auch in Berlin gemacht wird? Oder wo Sie sagen, da würde ich einsetzen, die Partei vielleicht einsetzen, das müssen wir tun, über Mindestlohn hinaus auch. Ja, ich glaube, wir müssen Leiharbeit und diese ganzen Scheinselbstständigen und Werkverträge, die momentan ausgenutzt werden, um Lohn zu sparen, um Lohndifferenzen auszunutzen für die Profitmaximierung, das müssen wir wegbekommen. Also wir müssen Leiharbeit begrenzen. Es mag sein, dass es ein Unternehmen gibt, das sagt, ich habe jetzt hier eine Spitze, ich kann mir, dieser Auftrag ist aber endlich, ein Großauftrag ist aber endlich, ich kann jetzt nicht hier Leute einstellen, ich muss sie hinterher wieder entlassen. Und er sagt, ich will jetzt Leiharbeiter haben. Dann muss aber die Leiharbeit so teuer sein für ihn, dass er auch wirklich mehr zahlt als seine tariflichen, also den Leiharbeitsunternehmen, was er auch leben will, und der Leiharbeiter den gleichen Tariflohn bekommt wie die Beschäftigten, die bei ihm Vollzeit beschäftigt sind. Wenn man so, da kann man sagen, als Überbrückungsmöglichkeit ist das drin. Aber momentan ist ja Leiharbeit üblich. Momentan unterhalten, leben ja viele Unternehmen davon, dass sie sich immer wieder Leiharbeiter holen. Und dann auch noch in diesen Zeiten, dass man sie nicht fest anstellen muss, und alles diese Dinge, die damit im Zusammenhang kommen. Ich glaube, dass also die Begrenzung und eigentlich die Ablösung von Leiharbeit, die Auflösung von Werkverträgen, jedenfalls diese Auswüchse, die es jetzt gibt, das ist etwas, was wir unbedingt auch gesetzlich hinbekommen müssen. Und dann brauchen wir natürlich auch, man kann im öffentlichen Dienstrecht damit anfangen, ein Vergabegesetz. Es muss uns möglich sein, und ich bin ja auch Stadträtin, da entscheiden wir auch über Vergaben. Es muss uns möglich sein, unser Vergaberecht daran zu binden, dass das Unternehmen, inklusive die Subunternehmen, Tarif zahlen. Und wenn wir solche Sachen hinbekommen, dann kann man eine ganze Menge auch verändern, was die soziale Situation in Sachsen-Anhalt betrifft. Wobei, das ist ja das, da beißt die Katze entspannt, die Länder, Städte müssen ja auch wieder sparen und nehmen immer den billigsten Anbieter. Ist das denn tatsächlich von übel, wenn sie den billigsten nehmen, weil genau das passiert? Naja, wir zahlen dann als Stadt, Kommune und Jobcenter was drauf. Hintenrum, das ist schon klar. Was ist das, das ist von der linken Tasche, wir rechnen uns die Welt schön, das ist doch nicht das, was man haben muss und haben kann. Und vor allen Dingen muss man daran denken, wenn wir es schaffen, diese Lohnspirale umzudrehen, momentan dreht sie sich nach unten, wir müssen sie nach, also jetzt ist sie vielleicht ein bisschen stagniert, es geht langsam wieder nach oben. Wenn wir das nicht umdrehen, diesen Teufelskreis, dann landen wir, ja, ich weiß nicht, in einer sehr gefährlichen Armut. Wenn wir es aber umgedreht bekommen, haben wir einen Effekt, der beheißt, die Leute können sich selbst ernähren, sie zahlen Steuern, sie können beim Handwerker einen Auftrag, beim kleinen Handwerker um der Ecke, ob es der Fahrradfritzer oder der Fensterbauer ist, einen Auftrag abgeben, der wird abgearbeitet, bringt Gewerbesteuereinnahmen und und und. Also man bekommt eine völlig andere Einnahmesituation, auch für die kleinen Unternehmen vor Ort und für die Kommune, das ist am Ende für alle besser. Also im Prinzip, wenn wir uns weiter auf diese Logik einstellen, wir müssen den Gürtel ein Stückchen enger schneiden, weil es nicht reicht, und dann reicht es noch ein bisschen weniger, müssen wir noch ein bisschen enger schneiden, das wird nichts werden, so kommen wir aus diesem Teufelskreis nicht raus, wir müssen das umdrehen. Nun sagen die Firmen auf der anderen Seite, ja, ja, aber uns fehlen halt Fachkräfte. Was ist denn mit diesem Fachkräftemangel, ist das ein Argument und was ist da zu tun vielleicht auch, oder gibt es da Vorschläge, Ideen? Ja, also da muss man mal gucken, das ist ein bisschen subtiler, das Thema, weil ich glaube, dass die, zum Teil machen sich die Unternehmen was vor, die haben in den Zeiten, in denen es einen Überschuss an Bewerberinnen und Bewerbern gab, haben sie immer die Besseren genommen, bis hin zum Abitur, die mit den höchsten Durchschnitten, wir hatten eine Überhangquote mit guten Abschlüssen, so. Jetzt sind die alle weg, jetzt haben wir im Prinzip eine Lücke. Jetzt stehen aber alle die noch auf der Warteliste, die sozusagen schlechtere Voraussetzungen von der Schule mitbringen. Und da sagen die Unternehmen, die können wir nicht gebrauchen. Es ist jetzt schon so, dass die Unternehmen teilweise auch umdenken und sagen, wir nehmen sie und wir machen selber etwas dafür, dass sie ausbildungsfähig werden oder dass sie den Anforderungen gewachsen sind. Das ist das eine, das will ich auch positiv anmerken. Recht haben die Unternehmen an der Stelle, wo sie sagen, die Schule bringt nicht mehr das an Ergebnissen, was wir eigentlich erwartet haben und was wir erwarten konnten früher. Das hat wieder zu tun mit der Gliederung des Schulsystems. Wir haben uns eingebildet, also wir an uns nicht, aber viele haben sich eingebildet mit der Gliederung in unterschiedliche Abschlussniveaus, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Dann würde man begabungsgerecht alle fördern. Das Gegenteil ist der Fall. Die unteren Abschlüsse gehen im Niveau immer weiter nach unten. Man passt sich eigentlich, das ist so ein logischer Effekt, man passt sich eigentlich ein bisschen auch dem Niveau an. Und das ist keine Schelte für Lehrerinnen und Lehrer, die geben sich die größte Mühe dabei. Die schaffen das aber nicht, weil eben dieser Austausch gar nicht mehr da ist, der Anreiz nicht mehr da ist. Und damit sind die Abschlüsse auch deutlich schlechter geworden in den letzten Jahren. Auch das muss man verändern. Man muss also die Qualität von Abschlüssen verbessern und man muss den Unternehmen sagen, Unternehmen, ihr müsst bitte schön auch mit den Jugendlichen umgehen, die da sind. Und wir können keine backen und ihr könnt euch nicht aus einer großen Summe die Rosinen rauspicken, sondern ihr müsst euch mit allen Jugendlichen ihre Stärken finden. Da gibt es in den letzten Jahren eine ganze Menge Versuche mit mehr Praxis in der Schule, mit produktiver Arbeit. Jetzt gab es früher mal das berühmte produktive Arbeit in der DDR-Schule. Also kommt jetzt wieder PA, kommt jetzt wieder so ein bisschen in Mode. Und die Unternehmen machen dann, kleinere Unternehmen sehr oft machen die Erfahrung, ach, der ist zwar nicht so gut in Mathe, aber handwerklich hat der was drauf. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, dann auch zu sehen, dass also jedes Kind, jeder junge Mensch auch seine Fähigkeiten hat und seine Talente hat, die man eigentlich nur finden und entwickeln muss. Ich habe das miterlebt, dass es gibt ja Schulen, wo die direkt, wenn die Lehrer das Praktikum betreuen, sagen, die haben mittlerweile Kontakte zur Wirtschaft und mittlerweile wissen die Schulen, sie können auch deren Leute gut übernehmen, obwohl es eine Sekundarschule ist, funktioniert dann. Aber das ist ja genau ein guter Punkt auch, da sind wir schon bei dem nächsten Thema, doch demografischer Wandel. Es ändert sich ja da auch viel. Es gibt die jungen Menschen auch immer weniger, dafür haben wir immer mehr Ältere. Wie sehen da Vorstellungen aus, wie damit umzugehen ist? Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen glücklicherweise, und ich hoffentlich auch, immer älter werden, also auch ein ordentliches Alter erreichen und auch im Alter aktiv sein wollen, aber auch ihr Auskommen haben wollen. Es ist eine ganze Summe von Baustellen. Eine große Baustelle ist die Frage, wie sichern wir die Rente? Wir sind dagegen, dass man sozusagen das Renteneintrittsalter immer weiter hinausschiebt. 67 ist ja jetzt schon Beschlusslage. Obwohl nur die Hälfte der über 60-Jährigen überhaupt noch in Arbeit ist. Ich glaube, nicht mal die, ein Viertel sogar bloß. Und dann haben wir das Problem, dass wir mit den Renten, die da sind, momentan nicht auskommen können. Die Leute, die jetzt in Rente gehen, die Menschen, viele davon sind jetzt in den letzten Jahren lange arbeitslos gewesen. Die kriegen gar nicht mehr eine Rente, mit der sie auskommen können. Deshalb brauchen wir eine Mindestrente. Ebenso wie man Mindesteinkommen braucht, brauchen wir auch eine Mindestsicherung brauchen, brauchen wir eine Mindestrente. Die muss man aus den Erwerbsarbeitsjahren, aus den Beitragsjahren zahlen, aber zum Teil unter Umständen auch steuerlich ergänzen. Wir brauchen dazu, dass mehr in die Rentenkasse einzahlen. Also ich zahle seit 20 Jahren keine Rentenbeiträge, bin aber abgesichert als Freiberuflerin, die ich ja bin als Abgeordnete. Und das kann eigentlich nicht so sein. Ich bin dafür, dass alle einzahlen, Abgeordnete, Beamte, alle in die Rentenkasse einzahlen. Und dass man dann einen solidarischen Ausgleich findet, dass die, die viel verdienen, nicht ganz so viel wieder zurückkriegen. Dafür, die, die wenig verdient, ein bisschen mehr zurückkriegen. Dann kommt man auf eine auskömmliche Rente. Das ist das eine. Wir müssen uns aber auch darauf einstellen, dass ältere Menschen haben ein oder andere Zipperlein und brauchen irgendwann vielleicht Pflege. Und das ist auch ein ganz großes Thema, dass wir in der Pflege für ältere, bedürftige Menschen, also pflegebedürftige Menschen etwas tun müssen. Wir haben einen großen Bedarf, einen Fachkräftebedarf in der Altenpflege. Den müssen wir decken und da muss sich enorm was ändern in der gesamten Pflegeausbildung. Das ist ein Beruf, eigentlich ist es ein Zukunftsberuf. Ähnlich wie der Erzieherinnenberuf ist der Pflegeberuf ein Zukunftsberuf. Was ist denn da zu machen? Also es ist ja dann die Frage, wie kriegt man das, also ich weiß, es ist viel verlangt, man muss es ja gar nicht wissen. Aber sehen Sie Möglichkeiten, was man da ändern könnte, damit auch mehr Leute in den Pflegeberuf gehen? Weil es ist ja immer ein Problem, dass viele das gar nicht machen wollen, weil es natürlich anstrengend ist und natürlich nicht so üppig bezahlt, wie es eigentlich auch angemessen wäre. Da sagen Sie schon das Richtige. Also erstens ist es ein anstrengender Beruf. Er ist körperlich, er ist psychisch, nicht so ohne. Und er wird nicht so besonders gut bezahlt, wie alle diese sozialen Berufe. Das betrifft auch die Erziehungsberufe, alle diese Pflegeberufe, nicht medizinischen Heilberufe, die massenhaft gebraucht werden, betrifft das. Und da glaube ich schon, dass man da auch tariflich etwas machen muss. Es muss besser bezahlt werden, diese Arbeit, gegenüber den Wolfsburger Autobauern beispielsweise. Also der nehme ich jetzt mal als Beispiel, der recht gut verdient. Nun muss das nicht alles identisch sein, aber ich glaube, angemessen bezahlt werden muss es schon. Das heißt, wir brauchen da tatsächlich auch mehr Geld im System, damit mehr, also eine tarifliche Angleichung, damit mehr dafür, dass man mehr damit verdienen kann. Also das ist ganz wichtig und da muss man Ausbildungsplätze schaffen. Das sind duale Ausbildungsplätze zurzeit, aber in einer anderen Art und Weise, also nicht wie beim Handwerker mit Berufsschule und Lehrvertrag, sondern man ist dann in einer alten Pflegeeinrichtung mit einem Ausbildungsplatz beschäftigt und bekommt auch, das ist anders geregelt, gibt es ein extra Gesetz dafür. Und wir brauchen unbedingt mehr Ausbildungsplätze in diesem Bereich. Das Spannende finde ich ja, ich finde es bei den Kitas interessant, dass immer mehr Studium auch verlangt wird von den dort Beschäftigten, was ich für diskutabel halte. Ich finde es toll, dass Leute hier Kinderwissenschaften, heißt es glaube ich sogar, Kinderheitswissenschaften studieren können. Aber wenn ich mit Kita, die in der Kita arbeiten, spreche, sagen, dieses Problem ist, es gibt Menschen, die können mit Kindern gut umgehen und es gibt Menschen, die können das nicht. Das ist bei manchen auch einfach schon natürlich so, die können fünfmal das lange studiert haben, sie müssen es nicht können. Ist das einerseits gut, dass das auch alles jetzt studiert werden kann oder ist das auch wieder ein Nachteil, weil es ja doch gewisse Leute fast schon auslöst wieder? Wir haben, glaube ich, in diesem Bereich eine komische Philosophie. Für die kleinen Kinder soll angeblich die Qualifizierung am geringsten möglich sein. Dann kommen die Grundschullehrerinnen, die dann schon ein bisschen besser ausgebildet werden. Dann haben wir die Sekundarstufenlehrer, die dann noch ein bisschen besser ausgebildet werden. Dann gibt es eine hohe Schule, es sind dann die Gymnasiallehrer. Wieso eigentlich wird der Beruf eines Gymnasiallehrers so viel höher gewertet als der Beruf einer Erzieherin? Das ist nicht zu erklären, nicht zu verstehen. Die müssen genauso viel wissen. Die müssen ein unglaubliches pädagogisches Geschick haben. Ich nehme mal die Grundschullehrerinnen mit dazu. Ich habe da eine Riesenhochachtung davor, was sie leisten müssen und auch leisten pädagogisch, auch vom Wissen her, von dem, wie sich ein Kind entwickelt. Das ist für mich nicht weniger wert als bei einem Gymnasiallehrer. Und deshalb halte ich es für angemessen, diese Ausbildung auch auf ein Hochschulniveau hinzuheben. Wir hatten zu DDR-Zeiten zumindest ein Fachschulniveau. Bei uns gab es ja noch diese Stufe dazwischen, zwischen der normalen Berufsausbildung und ein dreijähriges Studium. Das war bei Krankenschwestern, Erziehungskräften war das ein dreijähriges Studium. Allerdings ohne Abitur war das möglich. Und es war aber anders gewertet. Und ich glaube, wir müssen in diese Richtung wieder hin. Das bedeutet natürlich auch, dass es besser bezahlt werden muss. Ich will aber auch auf ein Problem aufmerksam machen. Das andere, was auch so ein bisschen im Kopf immer ist, ist das Studium. Das machen wir alles schön theoretisch. Und man hat dann von der Praxis keine Ahnung. Mir nützt ein Sozialpädagoge nichts, der eine Eins in seinem Abschluss hat, aber nicht weiß, wie er sozialpädagogisch mit den Menschen umgeht. Das ist nicht kann. Wir brauchen also in all diesen Erziehungsberufen, gerade auch der Lehrerberuf ist da ganz prädestiniert für viel mehr Praxis. Das ist bei den Erzieherinnen schon der Fall. Da muss das Niveau angeglichen werden auf das, was man wirklich braucht. Und das sagen einem heute auch altgediente Kita-Leiterinnen, die sagen, wir haben doch ein ganz anderes Niveau gehabt. Und wir brauchen das. Und die, die heute von der Schule kommen, haben das zum Teil nicht. Das ist unterschiedlich, aber zum Teil nicht. Das brauchen wir da. Und wir brauchen viel mehr Praxis dann im Lehrerinnenberuf. Also die müssen von der ersten Studienstunde an, vom ersten Semester an eigentlich auch Praxisanteile haben. Das ist heute durchaus nicht überall der Fall. Eben, das ist, was viele beklagen, dass erst viele mit dem Referendariat eigentlich kennenlernen, dass man da unten Schüler sitzen hat und die vorher auch gar nicht darauf vorbereitet sind und auch tatsächlich damit nicht umgehen können. Das ist natürlich ein Problem, was zu lösen wäre. Aber Kinder, Jugend, wir haben Bildungspolitik, vielleicht ein bisschen auch mal, wir haben im Moment ja so ein großes Thema, was bundesweit besprochen wird, ganz weit weg davon oder vielleicht doch nah dran. Das ist ja die, was wir gerade haben als Thema, die NSA-Geschichte. Also das Abhören. Vielleicht hat es ja auch Vorteile, hört man die Kinder früh ab, weiß man, was sie brauchen. Aber was ist denn da so, wie geht es Ihnen da, wenn Sie sagen, Mensch, sogar der große Verbündete, unser lieber Freund Amerika, die ja doch dann doch relativ flächendeckend uns zuhören und dabei sind. Angeblich soll es ja nicht so gewesen sein. Also ich finde, alle Literatur, die sich mit diesem Phänomen als Zukunftsvision, als erschreckende Zukunftsvision mal befasst hat, wird irgendwie Lügen gestraft. Das ist alles Wirklichkeit. Und ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen erstaunt über die Gleichgültigkeit und vielleicht auch ein bisschen Naivität von Menschen, die sagen, ach Gott, ich habe doch nichts zu verbergen. Ich denke, dass die Privatsphäre einen Schutz braucht und dass man sicher sein muss, dass man nicht abgehört wird einfach mit Dingen, die man nicht öffentlich preisgeben möchte. Und ich glaube, dass es genügend rechtliche Möglichkeiten und gesetzliche Möglichkeiten gibt, Straftaten zu verfolgen und aufzudecken. Deswegen muss man nicht flächendeckend mal so auf Verdacht hin alle abhören. Es könnte ja vielleicht unter Umständen irgendwo in einem Telefonat etwas drin sein oder Mails abfangen und so weiter. Ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das Ausmaß dessen, was da jetzt möglich ist, das ist erschreckend für meine Begriffe. Und das sage ich ausdrücklich als eine Politikerin einer Partei mit einer Vergangenheit, die da sehr schmerzliche Erfahrungen machen musste. Wir haben das auch alles nicht gewusst. Und haben das auch alles vielleicht viel zu lange hingenommen, dass es vielleicht so etwas gibt mit Munkeleien und so. Und ich sage ausdrücklich aus dieser Erfahrung heraus, nicht wiederzulassen, dass es solche Art und Weisen des Eindringens in die Privatsphäre gibt. Das darf es nicht geben. Und da an der Stelle hoffe ich immer so ein bisschen auf die FDP, die ja auch eine Verfechterin demokratischer Prinzipien ist. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch nicht beruhigen lassen. Und ich finde es richtig, dass es jetzt aufgedeckt wird. Schauen wir mal, ob es Folgen hat. Das Problem ist, denke ich, auch, dass viele natürlich schon selber ihre Daten ins Netz stellen und das auch flächendeckend da, als es teilweise Not tut. Ich freue mich immer, wenn ich bei Facebook die Fotos vom Essen von Menschen sehen kann oder auch, wenn ich selber erlebe, wenn ich irgendwo was im Netz kaufe. Dieses Produkt kauft übrigens auch der, der, der und die. Und man ist dann doch recht umverstanden. Das ist doch ganz positiv, wenn jetzt noch die NSA drin hängen, kriege ich den Netz vielleicht auch noch Auslandsreisen mit dazu. Das ist ja fast teilweise auch eine freiwillige Geschichte. Hat sich da sowieso was geändert? Ich meine, das ist doch eh, diese ganze Netzaffinität hat sich ja nun, das ist ja für Merkel immer noch Neuland, wie sie sagt, aber es ist für viele noch Neuland. Ist da auch was gefragt, dass sich da was ändert? Dass man selber sich bewusster wird über die Sicherheit oder Unsicherheit, die man da hat? Ich denke, das ist erforderlich. Also erstmal müssen wir uns daran gewöhnen, dass es eine andere Art und Weise des Kommunizierens in der Gesellschaft gibt mit diesen neuen Medien. Und dass das zunehmen wird auch. Aber in dem Maße nimmt auch zu, das Erfordernis, dass man lernt, damit umzugehen. Also ich bin, seitdem ich solche Sachen festgestellt habe, oder ich habe mal irgendwas gegoogelt, und wenn ich dann plötzlich auf meiner Homepage bin, oder nicht auf meiner Homepage, sondern auf einer, wo ich meine Mails abrufe, sehe ich plötzlich in den Seitenspalten alle die Produkte, die ich mal irgendwann angeklickt habe. Das merkt er sich offensichtlich. Also das sind so Sachen, ja. Woher weiß der das, dass ich da mal nachgeguckt habe? Das sind solche, also in den Suchmaschinen solche Einstellungen, die ich schon für ein bisschen bedenklich halte, weil man total überwacht ist. Und ich glaube, man muss sich das bewusst machen. Mit allem Elektronischen, mit dem man umgeht, gibt man ein Stück von sich Preis. Und man muss sehr genau überlegen, was man da alles macht. Ich bin bei Twitter und Facebook, aber ich bin da relativ zurückhaltend. Und ich habe mir auch angewöhnt, mir sehr genau zu überlegen, was ich auf meine Internetseite stelle und was nicht. Auch an Privaten. Manchmal ist es auch gut, etwas Privates preiszugeben, wenn man das will. Aber man muss wissen, dass man es nie wieder rauskriegt. Dass es immer irgendwo im Netz rumschwirrt. Und ich glaube, dass das vielen noch nicht so bewusst ist. Und deshalb auch viele in die Falle tappen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht, wir brauchen da eine ganz, also auch eine Medienerziehung. Es ist auch eine Frage von Bildung. In allen Generationen. Also es sind nicht nur die ganz Jungen, die das sofort schon machen, sondern es sind auch Ältere, die sich damit anfreunden und zunehmend diese Medien nutzen. Wir brauchen da ein viel größeres Spektrum von Bildung, Medienbildung. Da ändert sich ja ohnehin einfach auch fast täglich, hat man das Gefühl, etwas. Auch was vielleicht sogar die Medienverfügbarkeit betrifft, ja immer mehr ins Virtuelle hinüberdriftet. Aber da ist man aber etwas anderem, was überregional, international betrifft. Wir haben ja im Moment auch, um es auch mal angesprochen zu haben, eine Euro-Krise, eigentlich eine europaweite Wirtschaftskrise, die uns in hier weniger betrifft. Sind wir hier im Land der Seligen? Oder wird das uns auch irgendwann einholen? Und was könnte man tun? Was ist vielleicht zu machen? Überlegungen? Also ich glaube, wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, wir kommen da so ungeschoren raus. Momentan ist das alles noch ziemlich gedeckelt. Aber wenn das im gesamten Euro-Raum, wenn man da nicht umsteuert, wenn man nicht auch die zur Kasse bittet, die diese Krise verursacht haben und sie finanzieren lässt, und das alles über Staatskredite, das sind ja auch Schulden, die wir an der Stelle aufnehmen. Wir sagen immer, wir wollen unseren Enkeln keine Schulden übergeben oder unseren Kindern keine Schulden übergeben und streichen deshalb im sozialen Bereich. Aber an der Stelle nehmen wir Schulden über Schulden auf, in unvergleichlicher Höhe. Und dann irgendwann, wenn das nicht aufgeht, die Rechnung, zahlen wir das alles. Und deshalb, glaube ich, darf man sich da nicht beruhigen. Das ist ein Grund, warum wir zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer wollen. Nicht nur, um das Geld hereinzubekommen, sondern auch, um diejenigen, die mit solchen Papieren handeln, eben mitzubeteiligen, dass das nicht nur ihr eigener Gewinn ist. Und dass wir eine Bankenabgabe wollen, damit die Banken, die solche Dinge verursacht haben, mit sich beteiligen an der Finanzierung dieser Krise. Und das muss jetzt erst mal durch. Und ich denke auch, dass auch an der Stelle das passieren wird, dass wir es zwar als Erste thematisiert haben, dass aber immer mehr dazu kommt, zu sagen, okay, wahrscheinlich geht es nicht anders. Und ein Stückchen in die Richtung sind wir ja auch schon. Aber die Lobby ist einfach so groß, die Bankenlobby gegenüber den Konservativen ist einfach so groß, dass sie das momentan überhaupt noch nicht wahrhaben wollen, immer wegschieben. Und Glauben machen, wir kämen da so raus. Ich glaube das nicht. Ich denke, das ist noch eine riesengroße Gefahr. Und es würde auch sozial, Europa müsste sozial zusammenwachsen. Tut es aber zurzeit nicht. Im Gegenteil, was in Griechenland los ist, ist schlimm an sozialen Folgen. Und deswegen kann man das nicht einfach so laufen lassen. Da vielleicht auch ein Wort, was das Soziale betrifft, das ist also die Frage immer, wenn sich die Regierung in Berlin ändern würde, ist ja die berühmte Option vermutlich auch Rot-Grün. Und dann vielleicht mit der Linken mit dabei. Sehen Sie die Option? Und sehen Sie Bedingungen dafür? Ja, wir haben da schon Bedingungen dafür. Also wir werden uns nicht bloß, um an einer Regierung beteiligt zu sein, in irgendeiner Weise da hineinbegeben. Und momentan sieht das ehrlich gesagt eher schlecht aus. Also eine Regierung, die weiter Kriegseinsätze befürwortet und damit abstimmt, das geht nicht mit uns. Das geht gar nicht. Dieser Bankenrettungsschirm ist das nächste. Wenn es da keine Umsteuerung gibt, das geht mit uns nicht. Und da ist die gesamte Hartz-IV-Gesetzgebung, die ja von Rot-Grün entwickelt worden ist, die geht mit uns auch nicht. Also es gibt momentan so viele Hemmschwellen, wo wir sagen, da können wir nicht mitgehen. Es muss an der Stelle eine grundsätzlich andere Politik erfolgen. Dann können wir an den Stellen, wo es Übereinstimmung gibt, gemeinsam etwas machen. Aber das sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht, so wie sich SPD und Grüne verhalten, glaube ich nicht, dass es im Moment möglich ist. Also sehen Sie dann doch eher sich auch in Berlin, in der Opposition immer noch? Ich denke, das ist so, dass wir in den nächsten vier Jahren in der Opposition sein werden. Und wir haben ja eine ganze Menge aus der Opposition heraus angeschoben. Und ich bin bekanntlich eine Befürworterin von Regierungsbeteiligung, das will ich gar nicht leugnen, haben wir hier in Sachsen-Anhalt mit acht Jahren Tolerierung ja auch gezeigt, dass das durchaus alles geht. Und wir haben auch in anderen Bundesländern das ja auch schon praktiziert und gar nicht so erfolglos, wie man meistens das hinterher merkt. Und ich denke aber, dass es momentan Illusion ist, zu glauben, wir könnten dort in Berlin einfach mal so bei dieser NATO-Strategie, bei dem, was da momentan auch an Kriegseinsätzen immer und immer wieder befürwortet wird, das ist für uns momentan keine Option. Da muss sich entschieden etwas ändern. Wenn es ist, dann kann man darüber reden, wie groß die Schnittmengen sind. Wir wollen einen Politikwechsel, nicht nur an der Regierung kommen, wir wollen einen Politikwechsel haben. Und wenn ein Politikwechsel in diese Richtung möglich ist, dann kann man darüber reden, aber erst dann. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort, aber das will ich Ihnen natürlich noch lassen. Gibt es etwas, was Sie zum Schluss noch sozusagen den Menschen mitgeben wollen würden? Ich wünsche mir, dass sich Wählerinnen und Wähler zum Ersten ganz aktiv an der Wahl beteiligen, dass sie hingehen, dass sie nicht glauben, ach Gott, die Stimme ist eh verloren, ich habe keine Lust, und das Wetter ist schön. Man kann übrigens auch Briefwahl machen, dann spart man sich den Sonntag, das kann man auch tun. Und ich wünsche mir, dass sie bewusst wählen, dass sie genau wissen, warum sie wem ihre Stimme geben. Und immer auch ein Augenmerk drauf haben, was ist denn in den letzten vier Jahren passiert? Wer hat was gemacht? Wer hat etwas umgesetzt? Wo ist es hingegangen mit der Politik? Und was will ich persönlich haben? Und dann wünsche ich mir natürlich beide Stimmen für die Linke. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Do it, do it, do it now Say it, 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 say it now Ich c ㅋㅋㅋ Und wenn es geht, say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it. Bis zum nächsten Mal.